Jetzt spinnt das verdammte Ding schon wieder. Was für eine Scheiße. Hm, das ist schon besser. Was für eine Scheiße. Was für eine Scheiße. Was für eine Scheiße. Was für eine Scheiße. Was ist hier los? Was für eine Scheiße. Was für eine Scheiße. Was war das? 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 WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Ah, was ist das? Mir passiert doch sowieso nichts. Ah, was ist das? Da, jemand hat eine Winnung geöffnet. Oh, was ist das? Oh, was ist das? Das war damit. Oh, was ist das? Da, eleх water könnte... Wennsss Erfolg場ende ist... Na ja... Paul Keiner... Leachen, Kay? Esורה! Dem Fred, Besitzer und Fisch! Was ist lediglich? Das war's. Na, hast du dir schon die neuen Boote angeschaut? Klar, die U-128 und die U-125, die neuesten Modelle, die besten U-Boote der Welt. Mit denen werde ich... Okay, das ist mein Steckenpfer. Mein Schwager ist oberfähnrig bei den Grauen Wölfen. Mit denen möchte ich lieber nicht tauschen. Glatter Selbstmord, wenn du mich fragst. Die haben ihn. Aber die neuen Boote bekommen jetzt alle eine spezielle Antiradarbeschichtung. Und Sonarstörkörper. Hört sich beeindruckend an. Die werden sich noch wundern, wenn sie die neuen Torpedos zu spüren kriegen. Mit magnetischen Zündern. Und wir haben auch noch den Zaunkönig. Was soll das denn sein? Ein schlauer Torpedo mit eigenem Sonar. Folgt einfach dem akustischen Signal der Schiffsschrauben. Auch wenn das Schiff beidritt. Eine Wunderwaffe. Wahnsinn. Dann kann es ja nur besser werden. Allerdings. Ich sag ja, den heizen wir doch ein. So, ich muss weiter. Alles klar. Bis dann. Junge, Junge. So viel Spannung ist ja kaum auszuhalten. So. 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 Wer ist da? Angriff! A German submarine captain, completely drunk. I could make sure he never woke up again. One experienced hunter less. His faith and spirit have to be lighted. He's mixed with aermen and environment. Only the two of them have to be lighted up. He's used to light up the earth. He's got a talk of air. You have to go! He's got a talk of air. I had to hold the air. I'll tell you what I'm doing here. I'll tell you what is happening. It was a long time in the air. We'll see you next time. Untertitelung. BR 2018 Ich bin ja schon die Augen von den Dämpfen her. Die hätten mir wenigstens eine Gasmaske geben können. Ich bin nicht froh, wenn meine Schicht vorbei ist. Hoffentlich kommt bald die Ablöse. Ich bin ja schon 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 die Ablöse. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 Wer schleicht hier rum? Untertitelung des ZDF, 2020 Excellent, these documents with the roots of the German submarines would be an enormous help to Britain Untertitelung des ZDF, 2020 Those two submarine aces won't be sinking anymore freighters Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020